Ja, servus und herzlich willkommen bei FATALP und äh, heute machen wir, ja, ein Random Game. Ihr habt, äh, in der Abstimmung zwar jetzt auf Random Game halt geklickt, es kommt trotzdem Broken Ground, ähm, aber es kommt auch gleichzeitig das Random Game, weil, naja, äh, ich hatte mal Bock auf das Game hier und, ähm, dadurch, dass sowieso die Mehrheit eigentlich auf, äh, Random Game geklickt hat, mache ich das natürlich, ähm, aber vergesst bitte nicht, äh, immer mal abzustimmen, oben rechts in der Infokarte, äh, ich blende das auch immer wieder ein, wenn, äh, irgendwas zum Abstimmen ist, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, neues Spiel, einfach, ist es blöd, Bock schwer, einfach mal, ich mach mal meine Maus weg, äh, Moment, so, ähm, halt, meine Maus bleibt nicht unten, so, jetzt, ähm, einfach ist dumm, normal, Bock schwer, machen wir normal, ich glaub, das ist okay. Das war's, ähm, ja, ich war's, ähm, ja, ich war's, äh, Okay, unsanftes Erwachen, ähm, drücke B, um einen Gegner leise zu töten, wenn du hinter ihm stehst. Ich spiel das übrigens mit dem Gamepad, weil, hui, ich dreh mich mal, ähm, naja, also, ihr werdet sehen, das Game, ich weiß nicht, ich hoffe, das leckt nicht so sehr, ich hab's jetzt mal alles auf Epic hochgestellt, ähm, Sagen wir mal so, das Game ist ziemlich brutal, also, alle, die das nicht so mögen, äh, dass irgendwas ziemlich brutal ist, die sollten jetzt abschalten. BAM! Alter, hui, alter, das ist mega brutal, ich hau dem selber mal eine rein, ja, was mach ich, ich hau dem selber eine rein, Aua, alter, ähm, also, ihr seht schon, es ist ziemlich brutal und ich liebe solche Spiele einfach, Ach, ach, ich kann auch blocken, das sieht ein bisschen komisch aus. In der Tat. Omae wa mou shindeiru. Hahaha. Oh, RB. Was hab ich denn da? Jetzt hab ich ein Laserstöckchen, oder was? Okay. Stockau nochmal, dann. BAM! 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 Okay. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Au! Bam, bam, bam. Stock auch noch mal an uns. Ein Steinchen. Bam. Bam. Double kill. Doppel kill. Mmh. Ja, er schießt sein eigener Mann, ey. Bam. 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 Aua. Komm in die Fresse. Alter. Ihh, Junge. Der hat ihm entweder den Kiefer rausgehauen oder den Kehlkopf rausgerissen. Alter, ist das brutal, Jungs. Bam. 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 Du bist jetzt schon sterb. Was? 100 turns, Slap! Hup, 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 hup! Okay, ho! Bam! Hahahaha. Hahahaha. Alter, es ist so brutal, dieses Spiel. Was ist hier? Der ist unbesiegbar, geil. Alter, was ist denn hier? Alter. 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 Are you alright? NOPE! Uh... Ja. Tritt in die Fresse! Äh... Oh, ne AK? Ja, nice! Ne AK sag ich nicht nein. Ne AK sag ich nicht nein. Och, der mit seiner Pumpe! Neustart! Neustart! Geht! Ja! Das war's. Ich muss niesen. Entschuldigung. So. Was bist du denn? Was bist du denn? Oh oh. Ah. Ah, ja. ich weiß nicht Fick dich Nö Nein 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 Okay Leute Es war's Ich hab jetzt keinen Bock mehr Jedes Mal Dieser Pumpkan-Hurensohn Nö Haut rein Peace Und man sieht sich das nächste Mal Ciao